Liebe Kinobesucherinnen, liebe Kinobesucher, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen CSU Silvesterkino. Dieses geht nun schon in das neunte Jahr. 2020 ist es leider ausgefallen, wen wundert's wegen der Pandemie. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen und blicken voll Zuversicht in die Zukunft. Wir haben Weihnachten, die Zeit des Friedens. Es ist Zeit, einmal auszuspannen und auch einmal herunterzukommen. Gerade deshalb sind Sie ja auch heute hier in das Kino gekommen, weil Sie wollen sich einen spannenden Film ansehen. Das ist wieder mal ein Film aus der Eberhofer Reihe und zwar diesmal das Kaiserschmarrndrama. Sie werden sehen, was auf dem Dorf so alles für Dienstleistungen angeboten werden und wie sich hieraus interessante Mordfälle entwickeln können. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das neue Jahr 2022. Und wenn Sie mich fragen, wie dieses Jahr wird, so kann ich Ihnen gerne mit Erich Kästner antworten. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Also, nochmals alles Gute und viel Spaß beim Film, Ihr Frank Reuter. Und zwar nochmals alles Gute, aber auch immer mehr. Also, nochmals alles Gute und viel Spaß beim Film. Glückwunsch! Gute und viel Spaß beim Film.